warte ich auf irgendwas ich hab's vergessen bis auf 720 ich hab's auf 720 ja hallo und herzlich willkommen zurück zu bordelein mit der besten begrüßung der welt natürlich wir kennen das nicht und mit tennis hier die ganze zeit labert die mich immer fragt ob ich hier immer ob ich in meiner freizeit gerne abhänge natürlich am liebsten immer kopfüber von der wand oder der klippe je nachdem die groß wie groß der reiz so ist weg jetzt nicht also nicht gern kopfüber von der klippe aber ich reise es nach gehenna ich glaube da gibt es feuer da gibt es dämonen oder gibt tanos der zu oft speichern und neuladen müsste wer kennt es nicht gut old tanos der komische paladin besteht aber wahrscheinlich wieder keiner weil niemand dann schon zu 3 gespielt hat außer ich hab's doch gespielt irgendwann mal wo ich glaube wirklich in zwei jahren oder so ich weiß ich habe auch der gamescom gespielt habe ich angespielt fand ich richtig gut spiel war auch recht cool eigentlich also kann man und habe ich sogar die mission mit die steine von gehenna angespielt und natürlich ist ein eisplanet und feuer und es ist xardas sprich bodo henkel und den tod schließlich kann man in dieser galaxis keinen stein umdrehen ohne eine blutlache zu finden aber diese geschichte ist noch etwas blutiger sie dreht sich um eine stadt ein kaum erwähnenswertes kaff auf einem felsbrocken namens gehenna die einwohner sind gute leute überwiegend aber wo ein gesetz ist sind auch leute die es brechen die teufelsreiter das einzige gesetz an das sie sich hielten drehte sich um eisen und blei aber gehänna ist nicht einfach irgendein verschlafener felsen als die kompanie noch das sagen hatte war dies ein testgelände die kompanie entwickelte gelände gleich unterwarf besten ihren will es gab nichts womit sie nicht experimentierte man kann sicher denken wohin das führte und es gab nichts was nicht explodierte die stadt wollte die vergangenheit lassen aber die teufelsreiter gruben geheimnisse der kompanie aus die nur in den untergang führen konnten die teufelsreiter führten krieg die stadt hielt stand so gut sie konnte nach jahrzehnten des blutvergießen warte mal ist es auf ikoria der sheriff stellte jedem ein kopfgeld in aussicht ok genug war es mit den teufelsreitern aufzunehmen das ist die story ich muss einfach die dudes von den plakaten wegschießen alles anders das war der tag als der kammerjäger in die stadt kam damit bist du gemeint ja mann bodo das war eine mega gute einladung also ich muss sagen der mann kann immer noch gut geschichten erzählen holy shit ich meine natürlich xadas also und wo bin ich hier der wind wie dem oh war so heiß wie verschossenes pulver und roch genauso sobald die stiefel des kammerjägers den boden berührten ging er wegen des kopfgelds zum sheriff und wo ist der sheriff zu ihren füßen hoffte dass es sich um futter handelte hier drüben ignoriere meinen teufel er weiß nicht es sei denn ich befehle es ihm okay das ist eine interessante hose die ist sehr luftig also du bist eben in einer wolke aus staub und unheil herabgestürzt ja bist du auf das kopfgeld des sheriffs aus und das tatouren holy shit dämonen na hoffentlich weißt du worauf du dich einlässt revolverheld die teufelsreiter sind so zähl dass sie glaskauen und sand ausspucken und gibt nicht genug einem toten die münze von den augen zu stehlen du musst zuerst in die stadt ich will selbst gerade hin wenn du willst kannst du mir folgen los toge ich habe diesen teufel groß gezogen sein name ist toge eine echt treue seele ich finde du ich und er sind gar nicht so verschieden wir lassen die schwachen fallen damit die starken leben können sicher mit diesem kopfgeld in ein hornissen ist gestochen ich finde ein gesetzes hüter sollte seine kämpfe selbst austragen und da kommen noch mehr von den viechern opferer teufel ok er ist die sein ist auch nicht so go anders wie von diesen rabasaurin oder was das waren auf auf der einen welt auf der dschungelwelt genau da merkt man man recycelt halt gar nicht ein revolverheld wie du könnte nützlich sein aber ich reite nur mit den besten das wäre dann wohl ich sehe am besten aus hab die besten klamotten an und schieße am besten also ich der beste tatsächlich tja bis zur stadt ist es noch ein bisschen weiter was hast du gefunden toge teufels eier was haben wir denn da es wird wohl bald schlüpfen das ist die mühe nicht wert ich brauche einen mit etwas mehr kampfgeist blut liegt in der luft es ist fressenszeit also heißt es wir oder sie blut und wilder teufels beraten die richtige teufels brust ja zudem saurianer blut fliegt ja wieder der kopf weg auf gehänner überleben nur die stärksten viele stadt-bewohner können sich selbstschützen frag dich lieber ob das geld dir dein leben wert ist da sind teufel voraus schon wieder jetzt gern mal ein paar banditen aber das ist eine erste toge verleten wer kennt es nicht lustig wenn ich dem gegen seinen kopf schießt wenn das immer die schiffe reflexiert 59 okay da sag ich nicht nein siehst du das revolver hält was hältst du von meinem teufel die nach draußen tun ein braver kleiner teufel stimmt gut gemacht ein alpha aber dann vielleicht wenn ich hier drauf drücke verdammt schade jetzt werde ich doch nicht ich will dich retten verdammt und dann weiß und da weißt du den kopf ab da kennt man sich fünf minuten lang und schon erschießt man sein haustier das ist schade du bist nützlich bis du es nicht mehr bist sehen wir nach was die teufel beschützt haben der ist so cool geglüht ein perfektes exemplar besser als toge wenn du einen teufel erwischst bevor er schlüpft kannst du ihn großziehen und mit glück frisst er dich nicht auf wenn er älter wird der sheriff hat das großziehen von teufeln natürlich verboten aber er ist ja nicht hier er ist ja nicht hier er kann es ja nicht sehen und wenn der sheriff es sich sieht dann ist es auch nie passiert denn er ist einfach nachgelaufen hey was kann ich dafür ist doch normal oder äh das war das was ich nicht nehmen wollte es ist nicht mehr weit bis zur stadt ich lebe nicht dort weil sie meine tiere nicht wollen ich hole mir nur ab und zu vorräte okay das ist dann lebt man irgendwo den bergen der alte bastard hat das stadtdorf erregelt glücklich aber live habe ich hier ein schlüssel na los revolver hells lass den sheriff nicht warten er ist ein vielbeschäftigter mann ich muss dieses ei in sicherheit bringen wir sehen uns später in der stadt oh da f... sie ging fort wirklich eine knallharte frau keine sorge sie taucht bald wieder auf danke für den spoiler das kopfgeld lockte bestimmt fragst du dich woher ich das alles weiß du wirst mir einfach glauben müssen manchmal spielt die geschichte unglaublich aber ich schwöre beim anonymen grab meiner mutter dass es die wahrheit ist so geben die einem eigentlich immer ständig komische namen der eine nennt mich Krösus die andere nennen mich äh nennen mich äh super follower oder was auch immer das war oder oder was oder was ehren ne ich wollte jetzt ehren die jesus sagen holy shit wer nennt einen bitte ehren die jesus lass dich mal ansehen stolz sie ist einfach in die stadt als hättest du nichts als moment ne superfan lass mich raten du bist wegen des kopfgelds hier und ob zeig mir die ganoven äh äh partner äh tomodachi was sagt man hier in der gegend aber ja ich bin scharf auf das kopfgeld alter ich bin scharf na hoffentlich hast du mehr drauf als die letzten kopfgeldjäger wie geht es ja auf 50 runter ja auf dem friedhof wird es gerade ziemlich eng ich sag dem sheriff muss ich ja extra auf den boden gucken damit die framerate nicht runter geht holy shit wow titus wenn er so schnell gezogen hätte wie er redete wären die dinge vielleicht ganz anders gelaufen wie titus ist schon tot aber ich hab ihn doch gerade erst kennengelernt was passiert wenn der erzähler in der zukunft spricht ist das wenn ich dagegen hau was passiert dann nicht wozu das ding gut war aber er sollte es herausfinden ist jetzt keine iridium oder was ja ok wo ist der automatisch da ist der automat jetzt mach ich es besser als beim letzten mal kauf mir erstmal munition damit ich mehr munition habe als gar keine in jeder unbeschaltenen stadt gibt es einen saloon dort lässt man sich ortskenntnisse einschenken und check erst einmal die lage so dass sich der kammerjäger zumindest die kohle ist von außenseitern nicht gerade angetan aber es ist trotzdem kein übler ort zum abhängen oh ja ich häng gerne ab vor allem hier oben von der decke holzbiken bestes jäger freundete sich mit den einheimischen an es stellte sich die frage wie man die leute aufmerksam machen sollte hey ich trinke auch was von dem sprit ich hab zur abwechslung mal richtige kundschaft tut mir leid du bist ja ein feiner anblick neuer was was kann ich für dich tun hallöchen ich bin sein es geht um das kopfgeld wo steckt denn der sheriff ach so der sheriff ist hey seifer william mach ja kein ärger in meinem hintern ich schwöre beim stein dass hier alle mehr hey du kannst hier nicht einfach anpassen und unseren lieblingsläufer umhauen arschloch was seifer william war das einzige arschloch hier außer dir vielleicht halt den rand eine gute alte kneipenschlägerei der kammerjäger überlegte ob er es auf die altmodische art machen sollte statt cool zu verschwenden natürlich die altmodische art ich töte sie jetzt einfach im nahkampf die haben mir gar keinen schaden sollte leute jetzt reißen doch mal zu sagen besonders du seifer william lass den scheiß dann muss ich ja's selbst zupacken und melinda hör auf mit dem verdünnen verdünnte drinks sind schlecht für die moral hört mal her leute ich geb ne runde aus jay wenn der sheriff der beste ist dich betrifft neuling Die good boy. Wirklich. Was das Kopfgeld angeht, wir versuchen seit Jahren allein mit den Teufelsreitern klarzukommen, aber wir kommen nicht voran. Natürlich braucht die starke Hand von außen. Oh yeah. Fuck. Kommt der aus Goldfurt oder was? Der hat aber interessante Stiefel. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Willst du dich vielleicht darum kümmern, Neuling? Ich wette, du triffst nicht mal den Hut vom alten Pete. Halt dich zurück, Pete. Du willst doch nicht die Sch... Was für ein Schuss. Verdammt. Ich sehe jetzt eine Huthaut, Pete. Und sie ist röter als ein Teufelspimmel. Ich bin der Schuss. Gehen wir. Plötzlich so, ihr nichtsnutzigen Bastarde. Ihr seid nicht meine Freunde. Was? Okay. Einen Moment lang dachte ich, der alte Pete bringt mich um. Der hat sich auch... Der hat sich auch so angehört wie... Dingens hier. Äh... Ich wette schon wieder Golden Boy sagen, aber ein Golden Boy ist sowas anderes. Äh, Pretty Boy. Pretty Boy war das. Wasserort, aber einigermaßen sicher. Was ist das da eigentlich? Die Leute halten sich aus der Stadt fern. Manche sagen, es liegt an diesem Ding. Der Obsidianstein. Der ganze Stolz der Stadt. Ich selbst bin ja nicht abergläubisch, aber wenn die Leute sich wegen eines Steins sicher fühlen, von mir aus... Das ist der Stein von Gehenna. Echt, ich hab Herr Moriden, also... Wo sind denn die? Oh. Jetzt waren die die falsche Richtung laufen. Ja, moin. Der Raptor. Gibt es ein Kopfbild auf dem... Nein, sicher. Schnappen wir uns das Schwein. Komm, schnell. Es schreit. So kann ich mal meinen Gaming-Booster einsetzen. Die ich mir gekauft hab. Wo ist denn sie? Da hinten. In der Sprache, das kommt noch mehr. Ein Teddy-Zapper-Hoss. Was ein Hoss. Okay. Sie sind auf dem Markt. Oh. Ich verteidige den Platz. Zeug ihn, wozu du hier bist. Meine Leute brennen! Du wirst sterben! Du Steiner! Dann schießt. Die, die ich nicht wissen. Ich habe einen Rundgang. Meine Leute versonst. Aber machen sie frei. Sie sind die Arme. Aber die ist frei. Ich bin die Arme. Ja. Und du bist ein Mordringen. Das ist ein Mordringen. Und du hast es nicht zu Hause. Nein, das ist nicht zu Hause. Gauch Das ist ein Gauch einfach das schott wieder auch cool ich belebe mich wieder die leute hier war da nicht einer am fliegen irgendwo auf das sind sie wir lassen ich dich locker oder Leute, man macht doch wahrscheinlich eh nichts. Das ist so die schlechtere Version von Tommys Love. Ja, nein, die sind zwar dort draußen, oder ist eine, macht sie nicht. Oh. Ist lang her, Sheriff. Hallo, Rose. Butcher Rose, Leader of the Devil Riders. Du hast was, das mir gehört. Und das hole ich mir zurück. Und das wäre was? Ihre verlorene Würde. Oh. Nein, der Sheriff ist tot. Jetzt wurde der Deputy der Sheriff. Was sind das für komische Dudes? Genau, erstmal anfassen. Erstmal anfassen. Die geht da jetzt nicht rein, oder? Doch. Ja, moin. Ach, der hat es weg-teleportiert. Ah, das macht es für mehr Sinn. Neuling, Neuling. Finde Juno. Das Abzeichen gehört jetzt ihr. Ich wollte gerade sagen, du hast nichts in der Hand. Und das war es. Und das war es dann mit dem Sheriff. Der Kammerjäger konnte nur sein Abzeichen nehmen und es ihr bringen. Juno. Rose, die Schlechterin, hatte ihre Spuren hinterlassen und es bestand kein Zweifel, dass die Teufelsreiter zurückkehren. Wer auch immer Juno. Juno war, hoffentlich konnte sie kämpfen. Sheriff, er ist tot, du meine Güte. Hey, du da drüben. Wo ist Juno? Sie ist oben auf dem Kamm. Auf dem Kamm. Oh, Juno. Kämpfen war für sie wohl kein Problem. Hm, ich sehe keine Teufelsreiterzeichen bei dir. Also gehörst du wohl nicht zu diesen toten Bastarden. Was willst du hier, Fremdling? Der Sheriff ist tot. Rose ist's gewesen. Tot? Beweise es. Ich habe hier sein Abzeichen. Er sagte, es ist deins. Sein Abzeichen? Dann gib es mir. Wie voll ist denn das? Der Sheriff. Er war der Einzige in der Stadt, der mir vertraut hat. Der hinter mir stand. Nein, das ergibt keinen Sinn. Wenn ich dieses Abzeichen trage, werden alle denken, ich hätte ihn getötet. Aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. Wozu hän ist Rose? Sie hat sich den großen Stein unter den Nagel gerissen. Sie hat ihn wegen eines verdammten Steins getötet? Jetzt reicht es. Ich denke mal, es ist voll genug. Ich wette, ich weiß, wohin Rose den Stein gebracht hat. Ins tollste Streiter versteckt bei den Aschwall-Gipfeln. Aber zuerst habe ich was für dich. Hier geht's los. Was denn? Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Was ich jetzt wirklich mache? Ich mache mal nichts. Das ist das Chaos Level mal auf zwei. Außerhalb von Sink. Okay. Säurehaft. Große Trittenergie. Schlechte. Außer Bossen unter 15 Rüstungsschäden und Gesundheit werden blau markiert. Vielleicht spundieren nach einem Nahkampfangriff. Oh, cool. Leicht Trittenergie. Schaden um 5 und erhöht doch Rückstoß werden und Waffengeschränkkeit um 100% erhöht. Das wird eine holprige Fahrt. Gegner können mit Korrosiven was infusiert sein. Sind immun gegen Korrosionsschaden. Lassen an den Korrosiven... 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 Korrosiven nochmal los, wenn sie getötet werden. Das habe ich doch jetzt schon, oder? Anwenden, komm. Ich will auch, dass da jetzt jeder Gegner wieder Legendary scheißt, wie beim letzten Mal. Das war richtig cool. Ich will neue Waffen haben. Bessere Waffen vor allem. Ich weiß nicht, ob das nur bei Handsome Jackpot zu der Fall war. Ja, warte, ich muss noch meinen... Ähm, ich bin gerade an der falschen Position, Madame. Ich habe das schon richtig zugemacht, oder? Ich glaube schon. Wo ist denn hier meine... Da ist mein... Deckel? Das riecht halt auch mega interessant. Ich hoffe, das ist dichter als beim letzten Mal. Und dessen kann ich hier mal was aufmachen. Also... Ich schüttel hier. Nicht, dass ihr denkt, euch mal was anderes. Loll... Loll... Mach ich es mal auf. Schmeckt halt gar nicht so schlecht, eigentlich. Also, das kann man schon trinken. Man merkt halt bloß, dass da kein Zucker drin ist. Also, die haben es geschmacklich recht gut hinbekommen, also... Könnte aber auch daran liegen, dass ich das mit, ähm... Klassik-Wasser mach. Der hat ja Kohlensäure drin. Und nicht mit stillem Wasser. Aber ich trinke ein stilles Wasser, das ist wieder so eine andere Sache. Ähm... Mach ich Kampf um dein Leben Dauer. Und nochmal. Ich glaube, das ist praktischer. Aber es hilft halt, weil ich war jetzt gerade mega müde. Und ich fühle mich jetzt schon besser. Zumindest ein bisschen Wasser... Äh... Ich fühle mich ein bisschen Wasser. Ein bisschen wässrig fühle ich mich. Oder... Ich weiß es nicht. Vielleicht sieht man es schon. Dass mein Gesicht langsam zum Schwimmen anfängt. Oh, hallo, Tomodachi. Tomodachi. Wieso versteckt ihr den Schlüssel da oben? Der Schlüssel öffnet eine Hütte außerhalb der Stadt. Der Inhalt hat vor langer Zeit mal mir gehört. Du kannst das sicher gebrauchen. Von der Hütte ist es nicht weit bis zu den Aschfällen. Da ist das versteckter Teufelsreiter. Wie ich Rose kenne, hat sie den Stein dorthin gebracht. Denn die hat ihn ja schon öfters geklaut, wie wir wissen. Nicht? Titus, du kleiner Mistkerl. Wo zur Hölle steckst du? Oh. Ist das ein Typhondepot? Titus, wenn du draufgegangen bist, bringe ich dich gleich nochmal. Titus, Titus! Hat jemand Titus gesehen? Titus, Titus! Auf die Bank. Okay, das hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Hat jemand Titus gesehen? Ah, okay, das schiebt mir aber in eine bestimmte Richtung. Dann gehe ich jetzt mal raus. Wobei, ich verkaufe es zuerst noch. Oh, wenn du glaubst, es gäbe kein Risiko, gönn dir eine große Dosis. Eine normale Waffe könnte ich eher brauchen. Also, ich mag das eigentlich nicht. Ich mag diese neuen Malemon-Waffen gar nicht. Die taugen mir halt irgendwie nicht, weil die so eine Kackverzögerung haben. Und die sind auch nicht so gut. Also, ich fand die vorher weitaus besser. Da waren die noch normal. Die zweite lag direkt außerhalb der Stadt. Weit genug, dass sie nicht so oft daran denken musste. Aber nah genug, um sie nicht ganz zu vergessen. Das habe ich erstmal Bode unterbrochen. Das finde ich auch gut. Hm, das sind wie Streamchats. Finde ich gut. Das sind immer die guten Jokes. Guten Joe-Jokes. Die zweite war seit dem Tag verschlossen, als Juno in die Stadt gekommen war. Doch die Zeit hatte die Bestie darin nicht gezähmt. Welche Bestie? Wovon reden wir hier, Leute? Wovon reden wir hier? Ich sag's euch. Wir reden davon. Jet-Bestie. Die Teufelsreiter waren aus Fleisch und Blut. Einige waren aus Feuer und Chrom. Wir nannten sie Jet-Bestien. Das Teufelsreiter-Versteck lag auf der anderen Seite der Explosion. Es war an der Zeit, mit einem stählernden Rost zwischen den Beinen zu den Aschfallgipfeln zu reiten. Okay, die ist ein bisschen irritierend. Okay, die ist ein bisschen irritierend. Okay, die ist ein bisschen irritierend. All 나오� hospital, die sind Arsch. Und das war ein großer und principalverdeck. Gut. Der Tod holt uns alle, aber dich zuerst. Natürlich ist mein Fahrzeug erstmal kaputt gegangen, das kennt man ja so. Schöne, die Briten, äh, Teufelsreiter, ich weiß schon, Wolfels weiter sagen. Oh, verdammt, ich habe den Knöchel verletzt. Illi. Siehst du, Hina, ich wusste, dass mir ein gutherziger Revolverheld aufhelfen würde. Danke sehr. Mein Knöchel braucht nur einen Schuss von Doc Stanleys Wunderelixier. Da ist noch welches im Schuppen, hol es mir doch bitte. Okay. Lass ihn leiden, Revolverheld. Mein dämlicher Ehemann ist süchtig nach dem Wunderelixier von Stanley, dem Scharlatan. Genauso gut könnte er unser Geld ins Scheißhaus werfen. Aber Hina, Doc Stanley ist ein guter Mann. Er könnte Tausende verdienen, aber er nimmt nur Hunderte. Ein Schnäppchen für die Gesundheit. Den verdammten Werbespruch hat Doc Stanley selbst erfunden, du hypnotisierter Hornochse. Doc Stanleys authentisches Wunderelixier. Das ist mit Sicherheit völliger Blödsinn. Das ist es, bring es mir. Und danke vielmals. Ich bezahle dich für deine Mühen, aber gib mir erst das Heilmittel, das ich so dringend brauche. Wohlbefinden, ich komme! Wohlbefinden, ich komme, dass ich wieder einen Ehemann verloren habe. Ich habe dem Trottel ja gesagt, dass das Elixier nichts taugt, aber Blödheit ist nicht heilbar. Er ist gerade erst gestorben, aber Fakt ist Fakt. Verdammter Doc Stanley. Wir müssen seinen Betrieb einstampfen, bevor noch jemand durch spontane Verbrennung zur Witwe wird. Zuerst nehmen wir seine Rohstoffe aufs Korn. Mithilfe einer Pumpensonde gewinnt er flüssige Klunker für seine Elixier-Rapinerie. Wie wäre es, wenn du sie ausschalten würdest? Flüssige Klunker. So zog der Kammerjäger los, um Doc Stanleys gesamten Betrieb zu sabotieren. Ja, Mann. Irgendwie erinnert mich das hier ein bisschen an Oasis. Aus Borderlands 2. Aus Captain Scarlet's Treasure Bounty. Oder Booty. Ne, ich glaube Bounty. Ein Booty ist was anderes. Vielleicht war aber auch ihr Booty voller Treasures. Aber das sind andere Geschichten. Holy shit. Ja. 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 Staubwolken fegten über die Explosionsebenen und verbreiteten den Gestank verbrauchter Munition und alter Geister. Ha. Das Grenzland erstreckte sich so weit, dass man sich einreden konnte, der Himmel wäre nah, obwohl der Untergang näher war. Wo ist der Himmel hier, ne? Wenn ich da oben stehen würde, dann wäre wahrscheinlich nah. Erstmal die... Oh. Kann ich die nicht kapern? Nice. Mit Wilhelm Scream. Ich hab doch gesagt, das ist nicht lieferbar. Ich hab das律! Meine nur Teile! Okay. ich muss ja sagen wie gefällt dieses kulte motors galaxy das kopfgröße feiner wird um 100 prozent erhöht du hast das bilder einfache kritische ihre treffer ohne anwendung verlassen können euch stoffe 3 nehmen ja gut das bringt mir nichts mit absoluten nichts du fühlst dich unvollständig als würde ein lebensnotwendiger teil deiner selbst fehlen das ist deep das ist deep shit und denn aber so ist es auch es fehlt ein überlebenswichtiger teil von mir schwere kanone murph geschosse die beim einschock in drei sprengsätze aufspittern ach komm ich nehme das mal schwerer koffer sein kopf und widerstandsfähiger schlecht schwächen da kommen nämlich das süßen musste diesen extrem laut ja 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 ne ja ne sagen aber du er darum ich muss in diesem rückschiff irgendwo klarkommen wohl kaum Wo muss ich denn hin? Oh mein Gott, das Gebiet ist groß. Na komm. Jetzt bleibe ich einfach den Modus nochmal neu. Anwenden, ja. Wollen wir doch. Das sind die Sachen, die wir möchten. Können keine Treppen steigen, das ist mir auch klar. Treppen sind die größten Feinde der Claptraps. Wieso habe ich hier meine Flasche zugemacht? Das ist mega random. Staubwolken fegten über die Explosionsebenen und verbreiteten den Gestank verbrauchter Munition und alter Geister. Wessel ist ja so praktisch. Das Grenzland erstreckte sich so weit, dass man sich einreden konnte. Ein Himmel wäre nah, obwohl der Unterkunft mehr. Ein Auftragsmord. Geht aufs Haus. Ich kann dir deinen Namen nicht. Ich habe dir keinen Namen gemacht. Wenn man es so nimmt. Wenn dich irgendjemand dich kennt, dann bist du nicht bekannt. Das ist ja normal. Wer kennt es nicht? Kugeln TV dieses Problem nicht. Fucking Kugeln. Holy shit. Das ist ja normal. ich laufe jetzt einfach mal entlang und für quest und guckt dann mal ich weiß ja bis diese neben question mache ich jetzt schon mitnehmen hätte aber auch vielleicht einfach nur ein fahrzeug von gelassen können vielleicht auch schlau gewesen aber nein ich muss ja noch mal laufen bin schlauer als der rest laufe statt zu fahren dass sie jetzt keinen unterschied macht und welche feuerkraft reden wir hier schutzwaffe zu dem preis hast du interesse an einer ebenso echten wie raren und zuverlässigen feuerwaffe elitevorräte der kompanie von mir höchstpersönlich in ihren originalzustand restauriert wer ich bin general samuel stickley ich stehe voll hinter all meinen feuerwaffen also wenn du nicht aufweist dass das hier die größte mächtigste kanone ist die du je erblickt hast ich sag's dir dann kriegst du garantiert dein geld zurück du hast eine gute entscheidung getroffen wie viel geld habe ich da gerade gezahlt eine so vielversprechende waffe kann man schlecht ablehnen und so zog der kamerjäger aus das gute zu suchen wer man immer alles klar oh die große habe ich weggebumst und jetzt bist du tot unglaublich der moment wenn man auch dreimal aufs nachladen drückt aber dann nicht nachlädt man voll ist aber ich spring mal darüber echt jetzt ich spring da mal rüber echt wieder nach da oben ja 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 ähm wie komme ich darauf es ist doch so eine kleine landmarke da kann ich eigentlich rüber springen das hat wieder in dieser bereich da ja was soll ich da bitte tun von außen komme ich da nicht rum ja ich glaube das muss ich auch tun oder muss ich von da drüben hin will ich mir gut vorstellen dass sie mich sehr ärgern wollen oh ja gut aber leute ich hätte an der stelle mal schnell gesagt ich gehe es einfach mal aufs klo ich muss dringend pinkeln bin gleich wieder da ja 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 also ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 dahinten okay okay kann ich mich dahin teleportieren ich kann mich dahin teleportieren denn jeder weiß ich will mein geld zurück zurück wieder einfach zugemacht hat richtiger hund jetzt bin ich dann doch wieder müde so ein zweischneidiges schwer habe ich gehört aber könnte auch daran liegen dass ich an spontaner müdigkeit leide was ist das der tod holt uns alle aber dich zuerst oder bisschen betrieben aber nur ein bisschen ja so ein kleines bisschen 100 original jacobs wisst ihr was man könnte mit dieser waffe ja eigentlich der ganzen sache der kammerjäger machte sich auf um antworten zu den die typen erschießen ich will mein geld zurück der aufrichtige scharlatan stick lieber mit dem geld abgehauen der kammerjäger nahm die verfolgung auf um sich das geld zurückzuholen jetzt darfst du das hier hörst du bist reingefallen hier ist eine garantie du wirst mich niemals finden mich brellt keiner um meine zeche ja ich finde ich finde ein hinweis mal sehen ich bin ich bin ein echter ich bin ein echter so machte sich der kopf in schnee beenden machte sich der kopf in schnee bieten na sie ja gut ist es halt echt scheiße aber so ist sicher nichts ist besser als die dumme eine ganze schwarze drohen als übungs ich habe das war ja eine pause sollst du kriegen mit pause von allem habe ich gehört und du bist auch noch eine pause du keko wir waren da in gaucho richtig zivilist jungen hier ist auch mein zweiter vorname also aktuell sieht es noch gut aus ein neues kapitel in der saga oder so einen kleinen teufelsreiter spätestens wenn meine skills in mitleidenschaft gezogen werden weil ich immer fast einschlafe dann höre ich auf muss ich da jetzt rauf oder was ich glaube schon aber jetzt was ist wenn ich ihn jetzt töten würde würde allem doch eine gewisse würdung rückseh geben das beißt das ganze ein bisschen ab ich bin general marx ich und meine miliz die marx brüder wollten das vor zurückerobern aber ein dreister schwindler hat mich ausgetrickst und ich wurde hier eingesperrt er hat sogar meine uniform gestohlen ich glaube er ist äh dickery sickly prickly der scheißkerl heißt stickly nicht dass man sich den namen merken müsste denn ich bring ihn sowieso um wo ist er da hast du aber glück so gekonnt er reden kann so laut spricht er auch ich habe gehört dass er zu seinem versteck in den verlassenen minen zurück wollte und hol mir meine uniform zurück ja ich kann schließlich nicht immer in der unterhose rumlaufen was für eine unterhose als hätte der kammerjäger die du hast doch hosen an endlich eingekesselt du hast hosen an du hast stiefel an außer für alles seine unterhose das wäre seltsam aber er hat stiefel an so äh wo ist denn der ah dahinten begibt mich zur verlassene mine auch ein typen depot oder was oha meistgesund verbreche von gehänner gute aussichten heute ein könig in sabber stund vordachen ok wo doch noch ein bisschen bisschen herum gucken und weiter geht irgendwas hat sie gebissen ich habe ja ich weiß immer random leuten in den armen wer kennt das doch bei mir wurde mal random in den armen gebissen der schule es war ziemlich random hast du bereits schon erwähnt dass es random war kopfgeldjäger ich habe einen kleinen sonderauftrag für dich natürlich kriegst du auch einen bonus aber ich habe ihn eingeholt wobei er nicht von mir davon gelitten ist das ist die andere sache ich ja nicht geflüchtet das sieht mir interessant aus als sieht das besser aus als das was ich habe ich habe den schrotter weg kannst du auch schießen oder trägst du die kanonen so Das war's für heute. der moment wenn der arm zuckt und die maus dann erstmal ein bisschen verrutscht wer kennt es nicht und darüber werden auch wieder gesungen wie ich meinen arm versehnt sich verrutscht habe und währenddessen dann einfach mal das spiel gewackelt hat schön ich habe keine munition mehr vielleicht eine muni kaufen sollen ja ja Oh, 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 oh! ja die kleinen leute habe ich immer probleme dieses treffen immer so klein sind und so schnell unser kleinen geblieben ich habe eine marke schilder der verzickerung gleich wieder einsatzbereit das nächste mal überlegst du dir das besser wieder ein bisschen muni muni für den mann für den mann also bei aurikalkos war nichts was red ich hier aurikalkos what the fuck die komische zeug zu reden ich glaube da war ich gerade auch ganz anders wie gehst du verlassenen mine wo ist denn die eigentlich ist da hinten kann ich mir noch mal ein ding rufen ich glaube nicht dass da noch ein catcher right ist ich habe gehört ich mache das zu ende und ich glaube dann höre ich aber auch auf weil ich merke schon trotz booster dass ich halt mega müde werde es tut mir sehr leid weil ich jetzt schon ein bisschen weiter spielen aber mir bringt es halt nichts wenn ich jetzt dann die ganze immer so halb am einpennen bin und ja ob das dann auch nicht mehr so unterhaltsam soll wenn ich dann hier mal am ende wirklich ein penne ich warte meine kleine freunde habe ich das gesehen valios sayonara wissen sie hier oder mehrere granaten in einem anderen leben wären wir freunde gewesen ja das wurde er nicht für den freunden wir wahrscheinlich erst ist gewesen vielleicht ist so normal bevorzugte so 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 oh shit mach ja keine dumme vielleicht habt ihr euch den falschen kampf ausgesucht okay die sind noch ein schnappt ihn euch bevor er sich davon schlägt ich habe du dich man nicht mal kisten und ich bin dumm ja das ist noch drin also jetzt mal ernsthaft ich bin hier aus dahin nur muss ich den langen weg zu laufen ich glaube schon ich bringe dich um ich bringe dich um ich bin jetzt ab mir nicht ich bin jetzt so schlecht ich bin jetzt aber viel blut Hörst deine Waffe, der ist von die Waffe, der ist von der Waffe, der ist von der Waffe. hätte jetzt hier auch eine gegnerin wissen ein schickes stück technik war das nur schien der kammerjäger ist noch nicht benutzen zu können ok Schüt, Mann. Ich hab dich schon überall gesucht, also erzähl, ich muss es wissen, was sagst du zu der Kanone, ein Prachtstück, oder? Deine Mutter ist auch ein Prachtstück. Guter Ruf. Jo, und bring auch gleich die Uniform des Generals mit. Okay, okay, warte kurz. Äh, genau, hier. Der Zahltag kommt früh! 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 Ich hab auch gern megawilde Reaktion. ich habe auch keine nur mehr ach scheiße wieso muss ich jetzt so viel kämpfen eigentlich bin ich in der verfassung noch dazu das ist das problem immer habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr munition so wird es genau nicht alter und stelle wäre ich längst über alle berge gewesen einen kammerjäger zu verärgern ist wie ein fahrschein zum untergang aber der schwindler war zu sehr damit beschäftigt sein erschwindeltes geld zu zählen du hast nicht mit mir angelegt und diesen kopf wir sind nicht auch irgendwo ein skin gehabt ja weißt ob ich ein accessoire war so 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 Du wettelst ja nur um ein... Mach dich aufs Werk! Ja gut, ich lasse es einfach. Bevor das hier noch ein zu großes Trauerspiel wird, hätte ich an der Stelle einfach gesagt, höre ich so aus, weil ich glaube, was anderes geht einfach nicht mehr. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch nen Follow da. Schaut auf YouTube vorbei, da gibt's nice Videos, unnatürlich Sun Bros, Praise the Sun. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn ich vielleicht, also ich gucke, dass ich heute bisschen länger streame, so am Nachmittag, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen wacher und dann funktioniert es auch und penne hier nicht halt weg beim beim Spielen. Und ja, also dann, tschüss! Spielen . Untertitelung des ZDF, 2020